Ich bin auch gebraucht. Wie heißt diese Kirche nochmal bitte? Heilige Geist Kirche. Heilige Geist Kirche. Und das ist die schönste Barock Kirche von Bern. Nein, von der ganzen Schweiz. Von der ganzen Schweiz? Wow. Dann haben Sie hier eine Kirche. Wie heißt das auf Englisch überhaupt? Die Kirche. Die Kirche der Heilige Geist. Okay, die Kirche der Heilige Geist. Die Kirche der most beautiful Barock Kirche in der ganzen Schweiz sein. In der ganzen Schweiz. Diese Abstimmung fiel mit vier Stimmen mehr aus. Sie sehen hier noch künftig. Sie sehen hier in Hamburg. Und hier dieses mittelalterliche Stadtturm. Und dann wurde der Christoffelturm abgerissen. Eigentlich wahnsinnig schade. Also wir hätten einen kleinen Alkohol. Also wir hätten einen kleinen Alkohol. Und dann gibt es dann hier in die Kirche. Bei der... Wir erinneren einem kleinen Alkohol. Und dann geht es dann noch mal kurz. Und dann wird es dann auch direkt. Sie sehen hier an der Aktienste Barock Kirche. Und dann geht es dann gleich noch um noch mit der genie lighten. Und ich sage das hier. Vielen Dank.